Das war deiner. Nein, das war meiner. Der wird's ja wohl wissen, wer den Bessern gefangen hat. Der größere und der schwerere war meiner. Du darfst nicht zu viel schummeln, gell? Ein bissl haben wir vorhin gesagt, schummeln. Übrigens, wer jetzt erst reingeschaut hat... Wir sind auf Sendung. Ja, das hab ich gleich gewusst. Also, ich hab jetzt den Bürgermeister zum Angelduell rausgefordert. Und man mag's ja nicht glauben, was man für wunderschöne Fischerl fangen kann auf der Wissen. Und wer jetzt erst zugeschaut hat, das war deiner? Das war meiner? Bestimmt nicht, das war meiner. Nein, das war meiner. Meiner war der größere und der schwerere. Okay. Dann kriegen wir das jetzt ordentlich zusammen. Weil, ich mein, wir wollen jetzt einen schönen Fisch präparieren. Und zwar so, dass wir den dann herrnach schön fein essen können. Da kann zwar die ganze Mannschaft mitessen, aber das kriegen wir, glaube ich, hin, oder? Zum Frittieren mit dem ganzen Frittieren. Das heißt, wir schneiden den ein, damit die Hitze besser ins Fleisch reinkommen kann. Schneiden wir ihn einfach. Ich kann nicht hinschauen. Zeppi. Aber gut wird er. Ich bin überzeugt, der wird gut. Der schmeckt uns. Genau. Da kriegst du dann noch Salz. Und jetzt? Auf beiden Seiten gescheit ein Salz. Ach so, außen auch? Außen auch. So triff ich wenig und so triff ich mal. Viel mehr Fläche. Okay. Und jetzt auch, jetzt kommt die Sämepressel. Jetzt sehen wir einfach den Wechseln. Da hinten rein die Sämepressel. Jetzt hab ich ja wieder deinen Fisch. Du nimmst deinen Fisch und ich nimm meinen Fisch. So, bissl wenden. So, und da drüber. So. So eine schöne Fischsauerei. Was ist da alles drin? Nur Sämepressel, oder? Da sind jetzt nur Sämepressel drin, ja. So. Schwanz allein ein bissl. 180. Puh, mein Lieber. Ich glaub, der schwitzt der Fisch. Das wird eine heiße Geschichte. Schaut gut aus. Jetzt zieht's ihn ein bisschen auf, oder? Ja. Gut. Das dauert jetzt, wie lang? Fünf, sechs Minuten. Die haben wir jetzt heute. Dann werden wir dabei andächtig zuschauen. Aber andächtig, bitteschön, gell? Hungrig. Ich glaub, das wird's. Jungs? Jawoll. Wir haben heute gekocht, gell? Mei, alles haben wir zwei gemacht, gell? Seppi, ich sag danke. Nein, eigentlich nicht. Weil uns beim Essen zuschauen muss jetzt keiner. Wir essen wie alle anderen Menschen auch, gell? Und wir essen den auch schön auf. Das ganze Team freut sich im Hintergrund schon. Die stehen ja schon alle in die Startlöcher. Da bleibt nix übrig. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Fertig, Servus. Guten Morgen.